GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, die Kurzversion wieder mal. Wir machen weiter. Oder Hallo erstmal, na klar. Hallo. Ja, die Howie und der André wieder da. Oder der Godi. Und wir machen weiter mit dem zehnten Beitrag beim ESC. Und zwar mit Schland. Schland. Du guckst, wer ist für uns am Start? Jamie Lee. Curtis. Ja, ich wusste, dass das kommt. Und ich wusste, dass du kommst. Ist 18. Haben wir gerade nachschlagen müssen. Wir wussten, dass sie jung ist. Wir dachten sogar noch jünger. Aber, nee, 18. Und... Sie singt? Ghost. Ghost. Nicht Ghost, Nachricht von Sam. Nein, ich bin gerade kopfläßig bei Nachricht von Sam und wollte eigentlich Anshand Melody anfangen zu summen. Aber das lassen wir jetzt erstmal weg. Sie ist ein großer Manga-Fan. Ist dem so? Ja, das sieht man auch. Opte? Finde ich aber ganz süß. Ja, aber vielleicht ist das ja nur den Auftritt geschuldet. Nein, das hast du mal in einem Interview auch gesagt. Und ich glaube, sie ist hier lieb. Ja. Worum geht es in dem Song? Wissen wir nicht, ne? Um Geister. Ich interessieren Texte sowieso nicht. Oh, hört, hört. Die Botschaft ist egal. Es muss fetzen. Genau. Ja. Ich muss jetzt gestehen, also ich räume Deutschland mal wieder so 1 bis 5 Punkte ein. Ähm, also insgesamt, ähm, weil der Beitrag ist einfach leider ein bisschen zu öde wieder. Er reißt niemanden von Hocker. Der, der Auftritt ist ganz cool gewesen. Ich finde das hier mit den, ne, und ein bisschen hier paltig, glaube ich, und so ein Scheiß war dabei und hast du nicht gesehen. Ähm, sag mal, die Jamie Lee, ne? Hat die nicht sogar irgendwo mal was gewonnen? Ja, die war bei The Voice of Germany letztes Jahr und, äh, war in der Gruppe von den Fanta 4. Ja, das hat sie gewonnen. Beeindruckend. Ähm, ja, und 2016 hat er den Vorentscheid gewonnen, ne? Deshalb darfst du ja für Deutschland antreten. Äh, Vorentscheid, glaube ich, in Düsseldorf oder wo, ist ja auch egal. Wir haben gerade, ähm, wir informieren uns natürlich und Sachen, die wir nicht wissen, nehmen wir natürlich, wenn sie interessant sind, gerne auf. Wir lesen ja nicht, nicht alles ab, aber was hat denn Bürger Lars Dietrich da am Start? Warum, warum, irgendwie ist der die ganze Zeit, äh, begleitet er sie? Ist der Manager oder so? Anstandsherr oder so. Ja, irgendwie bestimmt, ja, so als, als, als erfahrene Person, ähm, den kennen wir noch, ne? Ich kenne ihn auf jeden Fall aus den 90er. Komm, sing es Baby. Sexy Ice. Mit Sahne. Oh, yeah. Sexy Ice. Banane. Äh, okay, komm. Ähm, nicht, dass wir noch irgendwo engagiert werden. Ja, Bürger Lars Dietrich, ziemlich cooler Typ. Ja. Äh, Bürger Lars Dietrich, der Mädchenmillenär, der Mädchen... Ja, alle. Nein. War, glaube ich, mit Stefan Raab damals, oder? Ist, ist sexy Ice übrigens. Kommt, Ralf. Das war der Rap-Teil. Einer muss es doch bringen. Er hat doch keiner gerappt. Doch er, er hat doch... Ja, nicht gerappt, aber er hat doch hier... Oh, ich bin Bürger Lars Dietrich, der Mädchenmillenär, alle. Das war ein anderes Lied, was? Welches denn? Kenn nur ein. Was hat er denn noch für ein Lied gehabt? Und jetzt noch ein zweites Lied von Bürger Lars Dietrich nennst. Chris von mir ein Eis mit Senf. Komm. So weiß ich nicht. Na, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Genau. Müssen wir noch ein bisschen mehr über Deutschland sagen? Noten. Ne, können wir ja noch nicht so sagen, also... Vornote gebe ich mal eine 4 plus von meiner Seite. Du bist ein bisschen besser, glaube ich. Ne, 4 plus. Oh, es fehlt einfach der Pep. Wen hättest du denn? Du hast, glaube ich, einen ganz anderen die Daumen gedrückt beim Vorentscheid, oder? Boah, das ist schon lange her. Das weiß ich nicht mehr. Du warst aber... Ich weiß noch, als ich wusste, wer gewinnt und du nicht, du hast gesagt, wahrscheinlich ist es die. Du hättest dich aber gefreut, wenn es jemand anderes war. Ich habe es auch wieder vergessen, aber ich meine... Das weiß ich nicht mehr. Wissen wir nicht mehr. Scheißegal. Wir sind fertig. Deutschland hat fertig. Hat fertig. Keine 12 points. Weiter geht's mit Frankreich. Und zwar geht für Frankreich an den Staat, also Beitrag Nummer 11, der Amir. Amir? Amir wahrscheinlich, ne? Amir. Amir. Und... Er sucht was. Er sucht was. So heißt das Lied. Je cherche. Oder je cherche. Je cherche. Je cherche. Was sucht er? Die richtige Tonlage am ESC morgen? Oh. Du genießt den Witz gerade, oder? Nein. Bürgerliche Name? Du darfst. Laurent, Amir, Kliffa, Kedider, Haddad. Haddad. Singt, ähm, auf Englisch und ein bisschen Französisch. Also eine Mischung. Ja. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Über den Auftritt können wir nicht viel sagen. Haben wir noch nicht gesehen. Ist ja eins der Big Five Länder Frankreich. Ähm, wenn auch kein erfolgreiches. Ich glaube, wirklich die letzten fünf Jahre oder so immer unter, unter, ganz, ganz weit unten. Ganz weit unten. Ähm, und so wie ich das gerade mitbekommen habe, ähm, soll der Beitrag, äh, dem Ding rechnen einige sogar wirklich Chancen zu. Viele sprechen davon, dass die, äh, Le Grand Nation zurück ist mit, äh, Je cherche. Okay, vielleicht ist es das. Die Suche nach einer einstelligen Tabellenplatzierung. Was hast du denn? Okay, ähm, das Lied an sich finde ich nicht so schlecht. Ich habe es, äh, direkt mal eine Vornote, ne, ihr kennt das bei den Big Five und bei den Gassi, Vornote. Da habe ich eine 3- gegeben. Du? Ach, ich weiß nicht. 4 oder so. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht so mein... Ist nicht so ein Ding, ne? Ich muss mir das nochmal anhören. Vor allem, wenn ich den sehe, ne? Der sieht aus... Mats Hummels. Oder? Mats Hummels. Ich habe direkt als, äh, das Halbfinale... Ne, gar nicht wahr. Als wir den Beitrag, nach dem Halbfinale, glaube ich, gesehen haben, habe ich gesagt, oh, Mats Hummels bei mir ist. Mats Hummels bei mir ist. Ich finde, das ist eine Mischung aus Mats Hummels und dieser Koch-Häßler-Häßler-Häßler oder wie der heißt. Keine Ahnung, ich, äh, guck kein Koch-Dings. Ich esse nur viel. Du kochst. Siehst nicht aus wie er, also. Ich, ich, ich kenne den nicht. Ich kenne nur, äh, Jamie Oliver als. Andere, andere, andere Baustelle. Und, äh, den Dichter. Du kennst den, wenn du nehmst. Bestimmt. Ja, ich weiß, glaube ich, wie du meinst. Ich, äh, der hätte immer so ein weißes Oberteiler, ne? Weil der Koch ist. Ja. Äh, 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 nein, ich weiß wirklich, wie du meinst. Er kann, kann sein, aber für mich sieht er ein bisschen aus wie Mats Hummels. Und deshalb, äh, kriegt er eigentlich eine Note abzucht. Er kriegt er fünf. Nein. Drei Minus. Ich kann mit französischen Liedern jetzt, also ich mag sie auch, aber ich liebe eher Filme. Wir haben auch gerade mal so geguckt, äh, Frankreich hat ja schon ein paar Mal gewonnen. Ja, aber alles so, 50er Jahre, alles so lange her. Und, äh, konnte jetzt keinen Song irgendwie, wo ich sage, aui, das war dieses Lied, wäre Louis de Finesse irgendwann mal da, ne, 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 ne. Der übrigens gebürtiger Spaß. Wie ist denn so? So, ähm, mein Lieblingslied aus Frankreich war 2009 mit Patricia Kahrs. Auf Platz 8 gelandet, aber immerhin. Ja, ich habe gerade natürlich toll, dass du das machst. Ich habe, aber gut, ich habe gesagt, fünf, sechs Jahre, also kommt das ja hin, ja. Also wirklich grausame Tabellenplatzierung, Tabellenplatzierung. Wir dürfen doch nicht lästern, wenn wir viel Schälter sind. Ich habe doch gar nicht lästern, es ist doch mal, ich wollte ja gerade noch anmerken, aber Deutschland sieht ja oftmals auch nicht besser aus. Ja, sehr schön. Wir haben aber irgendwann mal gewonnen vor ein paar Jahren. Und die Franzosen nicht? Ja, geschieht dem Recht, den Froschfressern. So, möchtest du noch irgendwas über Frankreich loswerden? Jetzt hast du die große Chance, Frankreich zu dissen. Wir haben letztens gesagt, wir würden gerne, wo würden wir gerne leben? In der Provence. In der Provence, weil es da so wunderschön ist. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir... Ja, weil du um sechs Uhr mal ins Bett musst. Was? Das ist nicht so. Das war mein Schüleraustausch. Ja, ultra lustige Geschichte, ja. Äh, diese Geschichte wird auf Verlangen irgendwann mal nochmal erzählt werden. Ja. Ähm, nein, aber wir haben uns dagegen geschickt. Wir sind uns einig, Frankreich ist ein wunderschönes Land, wenn... Die Franzosen nicht wehren. Nachbarn. Ja, hallo. Du guckst mich so, hallo, sagt sie. Welcher Kunstleister? Das ist der Michael Spuck. Ja. Ich weiß, ob es so ausgesprochen ist. Aber... Das ist ein... 25-jähriger Zirkusdirektor. Ja, so sieht es zumindest aus. Für mich war es ganz klar hier der Roncalli Mensch, der reinkommt und sagt... Ähm, jetzt kommen die Clowns. Color of your life. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß. Mir gefällt das Lied. Es hat wieder was... 80... Ich finde, ja, mach 80er los. Ja, du machst mal so einen komischen Punkt. Ich denke... Ähm, es hat was aus den 80er Jahren wieder. Mir kommt die Melodie auch bekannt vor. Wir waren uns doch Rocky-mäßig, glaube ich, eigentlich, oder? Dam, 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 dam. Schmusebade Michael im 80er Look. Ja, habe ich mir irgendwann mal notiert hier. War ja wirklich so ein bisschen roncallig. Auftritt ist... Normal. Am Ende lässt das nochmal krachen. Am Ende gibt es nochmal... Bam! Mit die Kloppen ein bisschen... Muhu! Feuerwerk, oder wie heißt's? Ich muss auch sagen, dass ich froh bin, dass auf Englisch singt. Das ist also wirklich das Land... Kann ich mehr... Also ich kann die Sprache nicht ab... Ui! Über Frankreich darf ich nichts sagen, ja? Aber du darfst hier über die Polen ablesen. Es geht jetzt um die Sprache. Ich kann diese Sprache nicht ertragen. Aber jetzt habe ich mal eine Frage, Hau. Ja, ja, ja. Ist nicht eure Sprache dem Polnischen ziemlich ähnlich? Das einzige Wort ist... Super. Kurwa, was ähnlich ist. Kurwa, das ist ja ein Allzweck-Schimpfwort. Russisch, Polnisch, Slavisch. Aber wenn wir schon mal bei meinem Land sind... Slowenien ist ja mal wieder nicht dabei, obwohl... Ja, ja. Wen würdest du denn gerne mal für Slowenien sehen? Dennis, zum Beispiel? Dennis, ich will Dennis, du weißt, was ich hören will. Komm jetzt. Das ist Verwandtschaft. Nein, das ist Verwandtschaft. Ja, sicher. Hauys Verwandtschaft beim ESC. Ja, wäre doch nicht schlecht. Irgendwann mal wäre doch nicht schlecht. Wäre geil. Aber wen will ich sehen? Ja, wenn ich wüsste, wie die heißen. Oh. Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Wie hießen die denn? Auf jeden Fall sind das auch irgendwelche Bekannte aus einem Dorr. Also ich kenne sie nicht persönlich, aber die wohnen nicht weit von unserem Dorf entfernt. Ja, wie ein... Hey. Hey. Und dann singe ich was? Komm, hau raus. Heute darfst du mal. Zunats. Zunats. Aber davor noch ein bisschen was anderes, oder? Ist ja egal. Wir sind jetzt bei Polen. Ach ja. Ist das nicht das Gleiche? So. Ja, was soll ich über den Spack sagen? Spacken, sagst du hier, oder was? Also erinnert mich an Jill. Kennt ihr noch einer? Nein, egal. Warte, doch, warte. Das war doch dieser... Ah, aber... Jill war jünger, viel jünger, oder? Was hat die denn gesungen? Ja, Entschuldigung. Erinnert mich an einen von den Hensens. Ja, der von mit denen hat auch gesungen. Nein. Nicht die Hensens. Nicht die Hensens. Die anderen da. Auch... Egal. Kennt doch eh keiner mehr. Jetzt sind wir ja total abgewöhnelt. Ja, total... Polen ist einer deiner Favoriten. Finde ich gut, ja. Die ist total begeistert. Sie hüpft hier hin und her. Das habt ihr noch nicht gelernt. Also... Das lustige ist, Kopfnicken bringt relativ wenig. Im Moment ist es halt für mich Holland. Ja. Italien und Polen so. Ah. Also ich hab... Warte, hast du gegeben? In den letzten Jahren viel mehr... Gut... Auf dem Zettel stehen die letzten Jahre drauf. Nein, aber ich habe früher viel besser bewertet. Und jetzt sind es vielleicht nur zwei, drei Lieder. Gab es nicht vor ein paar Jahren noch einen polnischen Beitrag mit den Omis? Waren das nicht Polen? Das war Russland. Ach, verdammt. Aber Polen hatte irgendwann mal auch die letzten Jahre einen coolen Beitrag. Was war das denn? Kann ich mich nicht erinnern. Mit Rap? Hatten die nicht letztes Jahr? Ach, das war eine Frau? Ja. Und alle fanden die so toll. Und... Das war... War das nicht letztes Jahr? Und das war der einzige Beitrag, der mir gefallen hat und der aber ziemlich versagt hat? Weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich auch. Nee, fand ich nicht so toll. Nee, Color of your life. So, Noten? Ja, ähm... Noten! Moment! Ja! Ja, das war bestimmt eine 2, oder? Bestimmt. Ja, dann hat die Hauer ja so eine 2 gemacht. Nee, warte. 3 Plus. Oh, eine 2, 3 Plus. Und ich hab... Oh, ich hab eine 4. Ach so, schlecht war der jetzt nicht. Ich hab's ja gerade noch mal kurz gehört und... Vielleicht ging mir der Typ nur auf den Sack. Weißt du übrigens, dass mir eigentlich gar nicht mehr aus dem Kopf geht hier, nämlich dieser Wolf-Mensch. Wo kommt der eigentlich? Welcher war der? Der ist nicht dabei. Der ist ausgeschieden? Der ist nicht... Ach, hör doch auf. Belarus. Ja, scheiß die Wand an. Weißbrust. Aber der war gut. Ja, ja, das ist schon richtig. Ja, der... Korrigiere dich das schon. Der ist nicht dabei? Nee. Ah, es gab einen, der hat ein richtig cooles Lied gesungen und das war auch so bühnentechnisch ganz cool. Da wurden so Wölfe, drei Wölfe mit dem war er auf der Bühne und dann verformten die sich so zu so einer... Also der Bühnenauftritt, auch wenn ich da nicht so geil drauf bin, der war echt geschmackvoll. Der war richtig cool und eingebunden. Der Song war auch cool. Der ist gar nicht weit. Ja, das ist natürlich richtig kacka. Okay. Aber du hast ihm eine 4 Minus gegeben, ne? Echt? Ja, aber ich wollte ja auch gerade sagen, der Song geht mir schon die ganze Zeit nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß oder ich wusste, dass ich hier mir schlechte Note gegeben habe und schön, dass du mir hier in den Rücken fällst und so. Das wird gleich bei Australien ganz anders aussehen. Für Australien tritt an die nette Dame Dami Im, eine gebürtige Südkoreanerin, 27 Jahre alt, jung. Und jetzt kommt mein Einsatz. Warum singe ich das? Weil das Lied heißt... Sound of Silence. Ja. Und mein Twitter-Beitrag dazu war, glaube ich, ich wünschte mir jetzt den Sound of Silence. Aber ich habe gerade nochmal reingehört, es ist eine Ballade. Ach, so schlecht ist es ja noch nicht hier. Der Beitrag von Down Under. Oh Gott, also... Sie zuckt mir den Schultern. Sie ist nicht begeistert. Sie ist nicht begeistert. Howie ist nicht begeistert vom australischen Beitrag. Und Howie nagt auch noch ein bisschen dran. Letztes Jahr war ja okay, weil es... Jubiläums-Kumpriere... Nein, die durften einmal mit dabei sein, weil die nämlich, glaube ich, Eurovision züchtig... Sind sie? Ja, durchaus begeistert. Ich finde... Ja. Es hätte bei diesem Einmal bleiben sollen. Sollen die verdammten Australier darauf ihre Gefühle... Gefangenen Insel bleiben, oder? Ich habe nichts gegen die, aber... Dann fängt es... Ich weiß nicht, dann sollte man es halt umändern. Haben wir ja, haben wir ja. Das haben wir ja schon gesagt. Was können wir zum Auftritt sagen? Ja, sie sitzt auf so einer Art Würfel oder was. Sie hat ein cooles glitzerndes Kleid an. Ich stehe überhaupt nicht auf Kleid, aber es glitzert und ich liebe alles, was glitzert. Und es leuchtet. Das war Glitzer mit... Blink-Effekt. Ja. Also ein... Blink-Gekleid. Und, ähm... Aber ansonsten... Kein Halligalli. Nö, das sitzt da halt nur. Sie sitzt da halt nur. Ach so, nein. Die hat doch auch Effekte, in denen sie so... Stimmt. Am Anfang macht sie so ein bisschen... Kennt ihr den Film Minority Report? Wo, ähm... Ich mach grad die Geste. Er schiebt so diese Fenster weg und diese Videoaufnahmen und ja, das macht sie auch. Wollte ich euch nur sagen. Ist das so... Kannst du das so bestätigen? Ja. Ja. Und ansonsten... Bastard. Ja, Note. Ach ja, Noten haben wir auch noch. Ich weiß nicht, was das ist. Ich hab vier. Du hast eine vier Minus gegeben. Ja. Kann sich ja wieder ändern. Ja, ich tendiere eher zu einer vier Plus, als ich das gerade gehört habe. Aber das muss ja insgesamt nochmal gesehen werden. Also ja, morgen nochmal, 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 nochmal. Eigentlich geb ich selten weniger als, äh, mehr als, ne. Hier ist ja schon eine Zweihalbnoten besser oder Halbhalb oder Drittel. Ist doch scheißegal. Ähm, genau. Also, wir sind nicht begeistert. 0815-Lied, so ein bisschen wie vorhin das, was wir hatten, wo wir gesagt haben, ist halt dabei. Macht ja nix. Beitrag Nummero 14. Und wir gehen nach Zypern. Und Zypern kommt mit, ja, klassischen Landesgesängen daher. Nein, natürlich nicht. Zypern kommt mit Rock. Rock. Das ist das, was ich gerade sagte. Danke. Schlechter Rock für mich, also. Nein. Ich finde, es ist eine angenehme, es ist kein Siegerlied, aber es ist eine angenehme Alternative. Ähm, zwischen Balladen und, und, ähm, Liedern, die einfach nur ESC-gerecht sein sollen. Ähm, Minus One heißt, äh, die, die Gruppe. Und der, der Song heißt Alter Ego. Der, ähm, also wie gesagt, die, die Gruppe besteht, ist eigentlich eine Coverband, äh, besteht aus, äh, fünf Leuten. Der Sänger François Micheletto, ich hab gar keine Ahnung. Micheletto. Was denn? Ein lustiger Name ist Micheletto. Och, ernsthaft. Michael Spack hast du noch drauf, aber Micheletto ist, ne gut. Ähm, ja, sie starten im zweiten Versuch. Im ersten sind sie gescheitert letztes Jahr. Jetzt dürften sie zum ESC. Und sie haben tatsächlich das Halbfinale überstanden. Wie gesagt, für mich eine angenehme Abwechslung, aber absolut kein Siegerlied. Wollen wir direkt, äh, ja, äh, Bühnenshow. Äh, die sind, ich glaub, im Gitter. Hinter Gittern? Die sind hinter Gittern, ja. Der Sänger nicht, aber irgendwie der Bassist und, und der Drummer oder so. Die sitzen irgendwie hinter Gittern. Viel, äh, Lichteffekte und, pff, Noten. Du hast denen ne 3 gegeben, ich ne 5. Ich sag ja, das ist, äh, ich hab, äh, gegeben, weil, äh, angenehme, ne, ich finde, der ESC sollte auch mal ein bisschen hier, äh, nicht. Nächstes Jahr holen wir uns ne Kamera und, und nehmen uns dabei auf, weil ihr, manchmal macht sie ganz komische Sachen hier neben mir. Ich weiß nicht, was sie macht, weil ich nicht immer hingucke, aber, okay. Ähm, ja, Zypern, wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid, aber besonders. Nächstes Jahr bitte nicht. Das ist doch unfair, das ist aber gemein. Ja, ich weiß nicht, ich erwarte halt von solchen. Nächstes Jahr, ja, was südliches aus den Ländern, und dann kommt. Das erwarte ich aber von jedem Land eigentlich. Ja, eigentlich, ja. Ähm, gerade die, gerade die südlichen Nationen. Spanien möchte ich, dass sie immer mit, hei, 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 und so kommen. Französisch möchte ich, ja, dass da irgendwie so ein Typ ist, der da so ein, Jete, mhm, na, di, da, 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 da. England braucht immer was Poppiges für mich. Deutschland kann, pff, zu Hause bleiben. Und, äh, ja, Russland brauche ich irgendwie so. Womba, romba, dadadadadada, dadadadadada, ha, 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 oh, hey. Ja, danke. Aber du hast recht, Zypern stelle ich mir so ein bisschen, äh, hier, wie heißt ihr, ukulele es sind nicht, das sind schon wieder, aber, aber hier diese kleinen, kennst du diese, hab die Albaner doch auch? ich bin nicht aber du bist nicht aber dein bruder hat doch auch so eine klumpe da hier so eine komische mini-gitarre und dazu so ein bisschen jacka 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 und hafen vielleicht nie hafen ich weiß nicht man ist türkei griechenland mischung irgendwas exotisches und dann bringen die da irgendwie rock nächstes jahr kommen sie mit einer typischen nummer beitrag nummer 15 es ist sanja aus serbien und sie singt und shelter wird bei shelter ist auf jeden fall sie sind auf englisch leider ja ansicht sache sie sind auf englisch das lied geht um eine liebe die ihr baumt so wie bei uns ein bisschen also ein bisschen und unser erfolgsgeheimnis nach 30 jahren 13 40 30 also eine liebe die irgendwann mal in psychischer und physischer gewalt aus hatte ohne scheiß also es ist es wird geführt als hattest pop ich weiß nicht was partners kommt für mich was ehrlich gesagt so als ich das gehört habe so eine rock ballade fand ich es eher für mich aber gut ja auf englisch haben wir schon gesagt eigentlich ist die die gute sanja die 22 jahre alt ist also auch noch recht jung eigentlich ist sie eher mit ihrer in ihrer wirklichen gesangskarriere in anderen bereichen unterwegs reike und es gab punk sogar gab und was ist post rock keine post rock kann das sein oder ist egal post rock ist vielleicht in der post worte ich hätte mich ich hätte es geil gefunden wenn die alte aus serbien wirklich mit einem reggae beitrag aufgelaufen wäre das hätte ich geil gefunden und ich hätte es geil gefunden wenn sie jugoslawisch gesungen hätte weil die jugos richtig geile lieder haben ja dann kommt ja scheiß englisch also wenn ich so ein jugoslawische lieder denke fragen mir jetzt nicht so viele ja was denn so ja ja und was hattest du gerade noch geguckt ja bin er doch einmal gewonnen das war glaube ich 2008 aber ich lieben 2007 mollett war keine ahnung war so lang ist und keine serbe ist doch sehr bogatisch doch eine suppe ist egal weiß ich nicht okay und ja ja wer ja so ja gut sind wir durch noten und bühnenauftritt bühnenauftritt fand ich auch ein paar flöten töne dabei blüten töne ja ja ein bisschen fahneflöte so mist oder oder und ansonsten bühnenauftritt 08 15 nichts besonderes nicht übertrieben war okay und noten ja mach doch mal ja welches thema 1 und dafür ich hier damit ist doch alles beinahe gesagt oder beitrag nummer 16 ist ein beitrag aus litauen ja mit donny montel bürgerlicher name donatas montevidas ne doch ne montevidas ist ja auch scheißegal der gute mann singt auf englisch und er singt für uns i've been waiting for tonight nein i've been waiting for this night du sagst mann also wenn ich ihn sehe aber er ist 27 stimme in 15 jähriger ist in der tat aber eine gute stimme kommt darauf auf die bühne und du denkst du zieht seine jacke auch aus bühnenauftritt übrigens zum zweiten mal beim isc dabei damals 2012 in baku wer wer ist hier der experte ja du natürlich viel schnickschnack oder viel lichteffekte beim auftritt bling 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 aber es kommt an bei uns bei dir sogar besser als bei mir 4 aber ich habe vorhin schon ein bisschen besser ich werde wahrscheinlich ich bin mir nicht sicher ob ich mein twitter tweet zu dem kollegen dieser war welcher die aussage ich habe mich verhauen jetzt ich komme kriegt den satz nicht mehr umgebogen ich glaube ich habe dabei geschrieben irgendwie ich habe schon aus reflex meine unterhose richtung fernseher geworfen weil halt ein one man boy group und so tritt auch auf dabei ist ja schon 27 ich bin ein bisschen schockiert du siehst mich schockiert jetzt das ist mein gesicht wenn ich schockiert bin du wirst jetzt sagen das ist dein alltägliches gesicht ja 13 jahre mit dir ist schockierend nein alles gut wir üben wir üben noch ein bisschen an die goodbye variante von der sanja häusliche gewalt und psychischer terror erlebe ich seit 13 jahren womit machen wir gleich weiter mit kroatien das sind heiß oder nina kraljic ist die dame die 24 jährige dame die für kroatien an den start gehen wird ja was ich sagen sie sinkt und sieht ich kann nicht leicht asiatisch aus also sie selber nicht aber was sie da an hat ist irgendwie ich weiß nicht sieht aus dem tannenbaum nicht in grün aber ach so ein komisches kleidding total übertrieben so ein kleid gerüst was ist ein pittpott schnitt pittpott schnitt pittpott schnitt oh ein pittpott schnitt das lied heißt übrigens lighthouse sie singt demnach auch auf englisch mit ihrem pittpittpittpott schnitt pittpott schnitt ja super gebürtige kroatin und ehrlich gesagt da gibt es auch nicht so viel das ist auch wieder so eine 08 15 für mich total ein bisschen asiatisch angehaucht so keine ahnung finde ich jetzt ja die klänge waren auf jeden fall nicht nicht balkan klänge und das ist wieder was mich ankotzt nicht auf deutsch auf englisch kroatisch ach so wieder nicht wir haben damals wirklich geile lieder gehabt übrigens wurde damals 1989 die gruppe riva hat gewonnen mit rock me damals war es ja noch jugoslawien aber ich meine das ist eine kroatische band und 1990 gab es noch tai chi heide da ludu jemmau zada wenn du sagst wo zahler liegt ja solokarriere kommt hin ich glaube die haue hat sogar echt in kroatien zahler liegt in tatsächlich ähm ja toll hast du mich rausgebracht tai chi genau das war 1990 aber leider nur platz 7 ludo jemmau also gab es richtig coole lieder damals das lied von tai chi wurde sogar bei der mini playback schon mal hier 1986 doris dragovic mit gelio moja ganz bekanntes lied auch platz 11 leider und halt isolda und vlado 1984 amore ach gott da viel mehr sogar weiter mit leila 1981 leila kenne ich leila 83 daniel julie platz 4 also richtig geile lieder gab es in 80ern mir sagt davon keine einzige sagt vielleicht muss ich es hören nein kenne ich nicht aber ja doch dass julie könnte könnte so kennen durch mich natürlich hier sie macht sich nur wie fossili also wie gesagt kenne ich die gruppe ja die gruppe kennt die ja samsa blässt geile lieder in den 80ern und jetzt wird es immer schlechter schau mal hier 92 punkte vierter jetzt haben die doch irgendwie teilweise 300 punkte und so ja gut weil wahrscheinlich mehr länder dabei sind ja natürlich das ist ja noch 93 gab es dann ja keine kein jugoslawien mehr sondern genau russland hat sich danach ja auch immer mal aufgelöst stimmt jetzt wo du sagst für alle die jetzt gerade ihren globus und ihren atlas irgendwie hervorkamen damals gab es so eine ja jugoslawien war damals eins als kroatien und masonien und slowenien und serbien und bosnien und all diese anderen montenegro land erscheinungen der welt damit haben wir alles zu kroatien ich habe mehr über die vergangenheit erzählen weil das lied ja auch langweilig ist diesjährige bei aber was hast du denn gegeben ja nur vier minus ja und ich ne drei minus aha das war der kroatien bonus das ist es ja die jugo connection die halten zu einer so wie die russen und und das wenn mir das nicht gefällt dann das stimmt genau ok beitrag nummer 18 russland sergay lazarep 32 jahre you are the only one heißt das singt auf englisch und ich gehe stark davon aus dass wir den sieger da haben ja nicht weil wir den gut für nein sondern weil da ja ja effekte da muss man sagen geil also ja aber letztes jahr war das schon und gewonnen ja dann muss man das dieses jahr nicht auch machen sie ist doch dass es können also er geht davon von ich weiß nicht geht so wende hoch wo keine sind und dann grafikeinblendungen und dann ist er wieder unten und ist schon cool gemacht aber gesanglich oder oder vom lied her haben wir ja gerade beide gesagt der beat ist okay aber was aber was willst du denn noch wenn ich kann das nicht nur wenn einer war ich ist ja kein nachmachen aber ich finde sagen wir mal so ein auftritt beim esc sollte alles sein ja aber dieses lied hat halt den schwerpunkt wirklich auf den schnack schnack im technischen schnack als russlana gewonnen hat haben ja natürlich trends beim esc dann hat hier der der dings gewonnen und auf einmal kam alle mit geigern aber danach kam keiner mehr mit geigern naja jetzt nicht mehr weil der trend sich nicht durchgesetzt hat aber trotzdem also man merkt schon es gibt einige sachen und das ist die die erfolg haben und auf einmal kommen alle damit ja war ihr diese grafischen bühneffekte und so die werden teil des esc werden ist ja auch okay bis zum gewissen teil finde ich bis zu einem gewissen punkt der eine aus belarus der nicht dabei ist hat ja auch die effekte aber irgendwie spricht mir hat mich das besser mit den wölfen oder was ja weil er stimmig war mit dem wölfen und war nicht so so viel knallig oder so es war eingebaut in die performance aber trotzdem war das liegt ja auch okay das liegt hier ist auch okay aber der schwerpunkt liegt auf der technik wenn er den schnack weglässt hast du 0815 weiter keinen schlechten keinen guten 0815 und wir reden lange nicht über sergei lasareff früher ging es auch ohne schnickschnack ne ja ich weiß ich lebe zu sehr in der vergangenheit aber ist halt so du vier ich vier minus kann sich ja nochmal ich sag doch es ist ein schnickschnack song weil wir uns jetzt von den technischen zeug nicht so begeistert und so sind wir uns einig setzen fünfer drauf der wird gewinnen die chancen stehen sehr hoch die buchmacher sagen das ja auch ist ihm so da habe ich noch nicht geguckt aber ja liegt nah liegt nah das war russland und 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 und